Ich stelle euch die Athletinnen vor. Widerstand Nr. 2, die Katharina Pellera vom TÜL 52. Widerstand Nr. 3, die Lilia Betzold vom TÜL ACHO. Widerstand Nr. 6, die Lamina Pellera vom TÜL 52. Widerstand Nr. 7, die Klaus-Ama Fiete aus dem FÜLTBOR in Hamburg. Widerstand Nr. 8, die Luzi Fischer aus dem FÜLTBOR in Hamburg. Widerstand Nr. 9, die Sina Gerhardt aus dem TÜLTBOR in Münster-Meifeld. Widerstand Nr. 10, die Anna Hilding aus dem FÜLTBOR in Hamburg. Widerstand Nr. 12, die Pionora in Jemach. Widerstand Nr. 13, die Sarah Kastner vom TÜLTBOR in Münster-Meifeld. FüLTBOR in Münster-Meifeld. Ja, Lächeln, schön. Anne, weine. Lächeln. Schön, Sarah. Weißig, noch mal Anne. Weiter. Schön. Lächeln. Sehr gut. Sehr schön. Schön, Dina. Sehr gut. Lächeln. Und langsam loslaufen. Dina Hildschau weiterhin. Schön da. Macht weiter mit der Vorstellung. Mit der Startnummer 14, die Christine Pizek vom Team Smash Fitness Park. Mit der Startnummer 15, die Marilene Kornfeld vom Team Kahn. Mit der Startnummer 16, die Gnade Peterson aus dem Gym Room in Hamburg. Mit der Startnummer 17, die Chantal Hildschau aus Rheinland-Pfalz. Mit der Startnummer 18, die Angelina Röbich vom Kölnfeld Hahn. Mit der Startnummer 22, die Marilena Zerun vom Pindlein Freiland. Mit der Startnummer 27, die Dana Alters aus dem Kölnfeld Jüdisch. Mit der Startnummer 36, die Sandra Gurt aus dem Athletic Club Bochum. Und mit der Startnummer 107, die Laura Porst aus dem Kletterfeld Beckdorf. SCHAUF. SCHAUF. HERRINGten des départs. SCHAUF. SCHAUF. Beine! Schön, Anne! Super! Genau! Schön, dass du das lächelst! Tschüss! Und voll! Sehr gut, Sida! So stehen bleiben! So schön! Beine! Sarah, Beine! Sehr gut! Schön! Sehr schön! Sie war sehr gut, Beine! Ja, so ist gut! So ist schön, Sida! Sarah, auch gut! Und immer hier unten schauen! Und los! Sehr gut! Sehr schön, Anne! Spannung auf Beine! Sida, Beine! Ja, so ist gut! Schön! Wir freuen uns auch wieder zu den numerischen Vergleichen! Auf den Rundervorderen! Nichts Verwirkung! Mach weiter! Sender! Sehr schön! Schmerz und Druck auf die Beine! Was gibt jetzt nicht mehr? Und rechts! Perfekt! Und die Sida! Schmerz! Schmerz und Schmerz! Schmerz! Schmerz und Schmerz! sehr schön! Sehr schön! Schmerz und Schmerz und Schmerz! Sehr schön, der Gruppe auf die Beine vergesst. Die sind 18 Athleten. Die sind 25. 30. Es sind 18 Frauen, wir können 30 selber. Ok, dann kommt es jetzt hier, Schurkarten-Selter. Lächeln, schön langsam laufen und in die Beine stellen. Und aufbauen. Sehr schön, Druck auf die Beine. Obenrum aufbauen, Sina. Eine vierte Drehung nach rechts. Sehr gut. Bisschen drüber drehen. Ja, schön, schön. So ist gut. Schön, Sina. Sehr gut. Eine vierte Drehung zur Rundenansicht. Schön. Und hoch hoch. Sehr gut. Schön, Sina. So ist perfekt. Eine vierte Drehung nach rechts. Vor oben lassen. Und in die Seite. Schön. Dreh dich bitte drüber, damit die nicht aussehen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Schön, Sina. Und hoch auf die Beine. Sehr schön. Satt nach Hause. Sina lächeln. Schön. Nach vorne hoch. Schön langsam laufen. Und hinstellen. Fronthose. Hock auf die Beine. Gut. Schön. Bauen dich obenrum ein bisschen auf. Sehr schön. Und wieder nach Hause. Ja, gut, Nina. Schön. Eine vierte Drehung nach rechts. Mächeln. Und vor hoch. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Schön. Eine vierte Drehung zur Rückenansicht. Und vor hoch. Schönen Zugkreuz. Schulterblätter bis nach Hause. Also das Gewicht auf ein Bein verlagern. Immer wieder. Eine vierte Drehung nach rechts. Schön. Schön. Hoch. Hoch. Und lächeln. Druck auf die Beine. Sehr gut. Dankeschön. Druck auf die Beine. Sehr gut. Dankeschön. Tina Beine. Und Verabschiedung. Schönen. Schönen. Super. Luzi. Sehr gut bei Luzi. Sehr gut bei Luzi. Schön. Weiter so. Beine. Clara Beine. Sehr gut. Ein. 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 Un. Ein. Und langsam laufen. Schön. Wunderbar. Un. Applaus. Beine. Druck auf die Beine. Schön. bisschen nach vorne in den Oberkörper. So. Schön. bisschen lächeln. Sehr gut, Sarah. Mach dich groß, alle. Eine Fiktion nach rechts. Sehr schön. Sehr gut, Sarah. Bauch rein. Eine Fiktion zur Rückenansicht. Und hoch. Sehr schön. Eine Fiktion nach rechts. Bauch dich noch mal auf. Eine Fiktion zur Frontansicht. Eine Fiktion zur Frontansicht. Ja, schönen Strahlen. Halt so, halt so. Druck auf die Beine. Sehr schön. Sehr schön. Schön. Lächeln. Druck auf die Beine. Druck auf die Beine. Und schreien auf die Beine. Super. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut, Daniel. Druck auf die Beine. Druck auf die Beine. Alle Beine. Sehr schön. Sehr schön. Nur an die Kamera. Und schreien auf die Beine. Sehr schön. Na, die Beine sind da. Beine sind da. Ich bin da. An die Kamera. Und schreien auf die Beine. Und schreien auf die Beine. Schreien nach vorne. penetrieren Sie nach unten. Schreien nach unten. Schön. Sehr schön. Super. Na, ganz, ganz, ganz schön. Sehr schön. Perfekt. Recht. An die Kamera. Recht. Ein Schreien nach unten. Mit der Allerangstrecke an der Wärmestoffe. Eine vierte Drehung nach rechts. Und steh. Beine. Acht und steh. Eine vierte Drehung nach rechts. Und eine vierte Drehung nach rechts. Und eine vierte Drehung nach rechts. Danke. Der beste Drehung nach rechts. Steck an die Brot. Steck an die Brot. Steck an die Brot. Und jetzt. Na, Manni. Beine. 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 Das heißt, die Kampfpichter wollen verschiedene Athletinnen, verschiedene Damen noch mal außerhalb des Numerischen Vergleichs miteinander sehen, die noch Richtlinien abgestanden haben. Ja, gut. Beine. 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 Bitte her. Dreh dich nach rechts. Und dran. Sehr gut. Beine. Bleib konzentrierst. Wuhu. 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 Beine. Alle 18er wählen in euren Einladen. Begini Klasse 1. Schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Sehr gut. Sehr gut. 22. 22. Und 36. 22 und 36. Auf geht. Auf geht. Schön. Beine jetzt ausfahren. Super. Wie kann es nicht sein? Wie kann es nicht sein? Danke schön. Eine vierte Drehung nach rechts. Eine vierte Drehung zur Rundeneinsicht. Eine vierte Drehung nach rechts. Eine vierte Drehung zur Rundeneinsicht. Und die Beine mehr. Dann die Schuhe. Prima. Wieder lächeln. Schön. Aber lächeln. Lächeln. Aber mehr Spannung. Ja, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück. Beine. Ja, noch mal. Wir erwarten den zweiten Kampfgestellvergleich. Und gut. Und auf die Gemeinschaft. Ein weiterer Pünfervergleich mit dem Startnummer 6, 9, 7, 16 und 18. Aufbaut. Lächeln. Druck auf die Beine. Sehr gut. Druck draus. Schön. Lächeln. Zeigen Sie doch